Die DHV News vom 9. Dezember 2022 Grünen-Antrag in Meck-Pomm SPD und Linke gegen Entkriminalisierung Kolumbien, auch Senat, beschließt Legalisierung Herzlich Willkommen bei den DHV News Zwei Vorbemerkungen habe ich mal wieder Der eine bezieht sich auf Ates Gürpina, den drogenpolitischen Sprecher der Linken Ich glaube, ihr habt relativ wenig von ihm gehört bisher in der ganzen Debatte Aber immerhin drei Anträge von ihm laufen im Bundestag Seit vor der Sommerpause werden demnächst sicherlich irgendwann mal beraten werden Aber jetzt will er mit euch mal reden hier So einen Online-Stream machen, wie das besonders die SPD-Kollegen häufig machen in letzter Zeit Jetzt streamt Ates Gürpina am 14.12.18.30 Uhr Und er will mit euch besprechen oder mit uns Wie können wir weiter Druck machen auf die Ampelregierung, damit es mal vorwärts geht Das Ganze ist wohl auf Zoom Jedenfalls der Link dahin zu dieser Besprechung am Mittwoch Ist in seinem Twitter-Tweet zu finden, den ich in der Videobeschreibung verlinkt habe Also Ates Gürpina nächsten Mittwoch Dann zweiter Hinweis zum Mitmachen für euch von Bernd Verse Meinem Forscher an der Uni Frankfurt Dem ich immer gerne seine Mitmach-Aktionen teile Weil ich weiß, dass da die Daten sicher sind und da sinnvoll drauf geguckt wird Und da kein Repressionsergebnis wird oder so Macht also gerne mit bei der nächsten Umfrage aus dem Hause Verse Und Gerrit übrigens auch noch, Kamphausen, sein Kollege bei der Goethe-Uni Frankfurt Sie fragen euch mal wieder, alle Leute mit Konsumerfahrungen Diesmal mit dem Schwerpunkt tatsächlich Benzodiazepine und Opioide Einschließlich Lean Aber sie wollen auch gerne wieder alle drogenerfahrenen Menschen dabei haben Inklusive nicht verschriebener Medikamente Also jeder, der da irgendwelche Erfahrungen hat mit Drogenkonsum Möge wieder mitmachen, Link in der Videobeschreibung So, der vor Spenden-Aktionen Einmal wieder das Danke an alle, die bis jetzt mitgemacht haben Nämlich 903 Spender, kurz vor der 1000-Marke Und die 20.000er-Marke ist auch überschritten mit 21.480 Euro Die bis zum News-Dreh, also am Tag davor jedenfalls zusammengekommen sind In den ersten 8 Tagen genau genommen Also Danke an 903 Spender bisher Fragst du natürlich, was mit den anderen? Ja, fehlen natürlich noch eine Menge Leute, die beim letzten Mal mitgemacht haben Und vor allen Dingen, ja, was mit den Jüngeren, die noch nicht mitgemacht haben Die jetzt eigentlich langsam alt genug sind, auch mal ein bisschen Verantwortung zu übernehmen Ja, nicht nur zugucken, sondern mitmachen, was in dem Fall auch heißt, mitspenden Weil nur Abwarten könnte am Ende dazu führen, dass die Legalisierung doch noch in die Hose geht Ja, und Spenden ist ein kleiner Beitrag dazu, dass es vielleicht klappt Ja, also wir wollen den Weg ja freiräumen für die Legalisierung Diese historische Chance nutzen Sicher ist nichts, ob mit oder ohne Spende Aber die Wahrscheinlichkeit sinkt oder steigt ein klein bisschen mit dem, was ihr da beitragt Alle Infos dazu, was wir davor haben, warum wir das machen Und was ihr gewinnen könnt, wenn ihr mitmacht auf der DHV-Seite Also go, go! Ihr könnt den Spenden-Counter auf der DHV-Seite verfolgen Wie viel bisher eingegangen ist und wie viel noch fehlt bis zum Ergebnis vom letzten Jahr Jetzt kommt der einzige deutsche Politik-Funk sozusagen Ja, die bundesweite Ampelsache hat mal Pause diese Woche Da ist jetzt nichts Großes passiert Aber in Meckpomm ist was passiert Ja, da habe ich ja letzte Woche schon berichtet, dass die Grünen da einen Antrag eingebracht haben Mit dem die geringe Menge, bis zu der die Strafverfahren eingestellt werden sollen Auf 20 Gramm erhöht werden soll, hochgesetzt werden soll Und bis zu dieser Marke sollen die Strafverfahren alle konsequent eingestellt werden Meckpomm hat eine der repressivsten Regelungen in Deutschland Es gibt gar keine klare Ansage an die Staatsanwälte Wie jetzt die Verfahren einzustellen sind Also kein Erlass in dem Sinne Die können bis zu 6 Gramm einstellen Aber eben auch nicht pauschal Sondern es ist immer noch eine Einzelfallprüfung angesagt in Meckpomm Und da sind die meisten anderen Bundesländer doch besser darin Die Konsumenten von Cannabis vor Strafe zu schützen Auch nicht gut Ja, überall gibt es immer noch viel zu viele Repressionen Viel zu viele auch Strafen Nicht nur Strafverfahren Aber in Meckpomm ist das besonders diffus, undurchsichtig und konsumentenfeindlich Und richtigen Erlass, ja, gibt es eigentlich nur in zwei Ländern nicht Nämlich Meckpomm und weiß nicht mehr, irgendein anderes Land Aber alle anderen haben auch einen offiziellen Erlass Wie eben mit geringen Mengen Cannabis umzugehen ist Mecklenburg-Vorpommern meint, das wäre da nicht nötig Und das ist natürlich jetzt gerade Wo also die Legalisierung auf Bundesebene angedacht ist Ja, oder geplant wird im Detail Und das Ganze dauert halt noch und so weiter Ja, und in der Zeit Hunderttausende von Strafverfahren noch so vor sich hin dödeln Ja, sind die Bundesländer besonders in der Pflicht Da ihre Möglichkeiten auszuschöpfen Das steht ja auch im Eckpunktepapier der Bundesregierung drin Dass das eine Möglichkeit ist Und Niedersachsen hat es gerade erst im Koalitionsvertrag reingeschrieben Ja, dass sie da jetzt das noch machen wollen Geringe Menge hochsetzen, konsequent einstellen und so weiter Das ist also keine spinnerte Idee, die die Grünen da vortragen Und die 20 Gramm, die sie vorschlagen, haben auch einen realen Hintergrund Nämlich die Bundesregierung hat ja in den Eckpunkten jetzt vorgelegt Dass sie bis 20 oder 30 Gramm den Besitz von Cannabis legal machen wollen Also für die Menschen, die in den Fachgeschäften legales Cannabis kaufen können Auch legales Cannabis bis 20 oder 30 Gramm Wursten sie noch nicht so genau auf der Straße mit sich rumtragen Und von daher sind 20 Gramm absolut realistisch, was die Grünen da gefordert haben Alle Bundesländer sind aufgefordert, da jetzt mitzumachen Ihre Möglichkeiten auszuschöpfen Wir haben es auch schon verlangt und gefordert von den Bundesländern Nicht viel Erfolg bisher, aber immerhin der Beschluss in Niedersachsen Und jetzt der Antrag in Mecklenburg-Vorpommern Und die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern ist rot-rot, also SPD und Linke Die sind also verantwortlich im Moment für eine der bundesweit repressivsten Regelungen in den Bundesländern Die Grünen sind in der Opposition, logischerweise demnach Und gestern wurde dieser Antrag im Landtag diskutiert In einer längeren Debatte, die auch per Video dokumentiert ist Und abgestimmt Er wurde abgelehnt, dieser Antrag Inklusive den Stimmen von SPD und Linken, den Regierungsfraktionen Und davon zeigen wir euch jetzt mal einen Ausschnitt aus der Debatte Von der Justizministerin Jacqueline Bernhard von Die Linke Sie beschränken noch nicht einmal den Anwendungsbereich auf Erwachsene Sondern es soll generell ein Eigenkonsum bis zu 20 Gramm möglich sein Ich halte deshalb den Antrag für voreilig und fahrlässig Und nicht im Interesse des Kinder- und Jugendschutzes Ja, das sind merkwürdige Argumente, die die linke Justizministerin da vorträgt So bemängelt, dass eben auch Jugendliche nach dem Grünen-Antrag Nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden sollen So ein aggrabener Jugendschutz, ja, das ist auch eine wilde Spekulation Wenn man jetzt Jugendliche nicht mehr strafverfolgt hat Man die dann jetzt weniger beschützt, ja, durch Strafverfolgung Tatsächlich haben manche anderen Länder auch so eine Klausel drin Wo die Entkriminalisierung halt festgelegt ist, dass die nicht für Jugendliche gilt Sondern, dass die dann auch irgendwelche Zwangsberatungskurse machen sollen Aber es gibt durchaus auch etliche Bundesländer, die das nicht haben Und die einfach Strafverfahren immer einstellen, die verstanden haben Dass ein zusätzliches Strafverfahren nicht gut ist für das Leben von Jugendlichen Ja, pauschal so, das kann man jetzt wirklich nicht behaupten Dass das Jugendschutz ist, wenn man möglichst viele Strafverfahren gegen Jugendliche eröffnet Und nicht nur eröffnet, sondern auch zur Strafe kommen lässt Ja, darum geht es ja hier, dass die Strafverfahren eröffnet werden Kann das dann gar nicht verhindern Aber die Frage ist, werden die Leute dann bestraft oder stellt man die Verfahren ein? Und ja, die linke Justizministerin von MECPOM will, dass Jugendliche bestraft werden, wenn sie Cannabis konsumieren Zweites Argument, was die Justizministerin bringt Ist die Justizministerkonferenz, die sie vor kurzem erst dafür ausgesprochen hat Nochmal Argumente zusammenzutragen und Informationen Wie man jetzt Cannabis in den Bundesländern schön einheitlich, sinnvoll gestalten könnte Ja, die geringe Mängelregelung, die eben überall gleich zu machen Und das kam direkt nach dem Koalitionsvertrag in Niedersachsen Wo gesagt hat, Niedersachsen als erstes Land, ja gut, wir gehen da jetzt mal voraus Ja, wir warten jetzt nicht noch ein Jahr, noch mal irgendwie 100.000 Strafverfahren Oder 200.000 gegen einfache Cannabiskonsumenten Wir machen jetzt Nägel mit Köpfen Bis jetzt haben sie nicht Ja, okay, aber das war auf jeden Fall der Plan, steht im Koalitionsvertrag Und dann kam eben die Justizministerkonferenz Also die Justizminister der Bundesländer in ihrem Treffen Und haben gesagt, ja, nee, lass mal erst mal drüber nachdenken in Ruhe Ja, wie man das vereinheitlichen könnte Und das ist eine Initiative, die kommt alle paar Jahre Führt immer ins Nirvana, ja, das ist noch nie was bei rumgekommen Weil natürlich die konservativen Bundesländer alle auf 6 Gramm Auf den niedrigsten Wert vereinheitlichen wollen Möglichst restriktive Regelungen haben wollen Und so ein Land wie Berlin bis 15 Gramm Macht da natürlich nicht mit, ja, sich da zwingen zu lassen Irgendwie eine härtere Regelung wieder einzuführen in Berlin Ja, das können die gar nicht überhaupt nicht bringen Insofern ist das sowieso Blödsinn Diese ganze Initiative Und ja, da will man also diese Änderungen, die sich jetzt abzeichnen Auf die lange Bank schieben Und eben weitere 100.000 Strafverfahren 200.000 Strafverfahren gegen Cannabiskonsumenten Passieren lassen Während man dem Bund schön über die Details der Legalisierung nachdenkt Mal hier die Antwort darauf Von der Antragstellerin Konstanze Oerich von den Grünen Frau Justizministerin Sie haben gesagt, die JustizministerInnen-Konferenz Hat sich ja schon auf den Weg gemacht Ja super, es gibt jetzt einen Erfahrungsaustausch Aber wissen Sie was, diesen Paragrafen 31a Betäubungsmittelgesetz Den gibt es jetzt seit 30 Jahren Seit 30 Jahren Und jetzt fängt die JMK mit einem Erfahrungsaustausch dazu an Das können Sie nicht ernst meinen Das können Sie nicht ernst meinen Also Linke und SPD in Meckpommen als Landesregierung machen das mit Diese ganze Verzögerungstaktik der unionsgeführten Bundesländer Die sorgen dafür, dass im Nordosten weiterhin jeder einzelne Fall genau geprüft wird Ob man jetzt ein Verfahren einstellen kann Selbst unter 6 Gramm, ja, oder ob man nicht doch die Leute noch bestrafen muss So ticken die Roten im Nordosten Es ist echt peinlich Nur die FDP hat noch zugestimmt dem Grünen-Antrag Ja, also da immerhin Ja, das war eine gute Aktion Und ich verlinke euch das Video mit der gesamten Debatte In der Videobeschreibung hier Dann könnt ihr euch das alles nochmal angucken Und nicht nur auch die FDP mal hören Sondern und SPD Auch den Blödsinn von CDU und AfD Könnt ihr mal euch reinziehen, wenn ihr wollt Ein bisschen euch ärgern So, kommen wir nach Kolumbien Gute Nachricht Na, ein Wettrennen zeichnet sich ab Der Senat hat dort der Legalisierung zugestimmt Nachdem auch das Repräsentantenhaus das schon getan hat Das war jetzt die vierte gewonnene Abstimmung für die Legalisierung in Kolumbien Im Parlament Nötig sind insgesamt acht In zwei verschiedenen Kalenderjahren Habe ich jetzt gelernt, muss das sogar sein Das ist ein bisschen merkwürdig Klingt das erstmal, ja Acht Abstimmungen, weil das hat für ein komisches Verfahren da Immerhin ging es sehr schnell voran Diese Abstimmung im Senat war mit 56 zu drei Stimmen Wir haben eine riesen Mehrheit verbunden Und das war so ähnlich auch vorher schon im Repräsentantenhaus Also die wollen wirklich legalisieren da Ja, geht echt voran mit Karacho Die haben gute Chancen uns noch zu überholen Als drittes Land der Welt Das Cannabis legalisiert Und es braucht so viele Abstimmungen Ja, das ist deswegen so ein bisschen merkwürdig Hier, weil eine Änderung der Verfassung damit einhergeht Also Kolumbien muss dafür scheinbar irgendwie die Verfassung ändern Da steht scheinbar drin, dass irgendwie Drogen verboten sein müssen Inklusive Cannabis Ja, warum auch immer Klar, die haben natürlich da nochmal ganz andere Probleme Mit den Kartellen und so weiter Vielleicht deswegen eben Verfassung Und deswegen geht es aber vielleicht auch schneller vorwärts als bei uns Weil noch nicht jedes Detail der Regulierung da jetzt irgendwie offensichtlich mit drin ist Ich habe noch keine Veröffentlichung dieses Entwurfs gesehen Dem da ständig zugestimmt wird Jedenfalls keine, die ich verstanden hätte Auf Spanisch Jedenfalls, das ist einfacher Ohne diese ganzen Details Wo wir jetzt halt in Deutschland noch vorher drauf rumkauen Ja, machen wir das so rum, machen wir das so rum Ja, wie viele Pflanzen, wie viele Quadratmeter darf man anbauen Wie viel THC-Obergrenze hin und her Das ganze Gedöns Das machen die erst danach im Prinzip Die Regierung hat dann den Auftrag Nach dieser Verfassungsänderung Den kleinen Kram zu regeln Aber dann wohl auch nur 6 Monate Zeit dafür Dann soll es erledigt sein Ja, spannendes Rennen Es bleibt dabei um Platz 3 Nach Uruguay und Kanada Wer wird Land Nummer 3 Deutschland muss sich beeilen Es gibt harte Konkurrenz Schöne Nachrichten aus der Schweiz Da gibt es jetzt doch sauberes Gras Ja, wer hätte das gedacht Früher gab es mal ganz viel sauberes Gras in der Schweiz Zuletzt ist aber Das Modellprojekt in Basel Zur Abgabe von Cannabis Verschoben worden Ja, weil minimal die Pestizidgrenzen Für Biogras überschritten waren Dann konnte das Programm nicht starten Dann haben wir auch überlegt Ob man jetzt Cannabis aus Kanada einführt Um den Versuch durchzuführen Aber siehe da Jetzt hat ein Hersteller Befriedigende Qualität abgeliefert Und Ende Januar 2023 Soll es losgehen Mit der ersten legalen Cannabisabgabe In Basel Ein paar Leute werden noch gesucht Die da mitmachen Also Basler Die Cannabiskonsumenten sind Können sich da melden Und ab Ende Januar Vermutlich zum ersten Mal Legales Gras konsumieren Das gleiche übrigens auch für Schweizer Apotheken In den Nachrichten Auch da gibt es jetzt Schweizer Hanfblüten Für Schweizer Patienten Mit einem entsprechenden Rezept des Arztes Auch das wird in der Schweiz Als Durchbruch gefeiert Von der Szene da Endlich ist es soweit Dass auch da Cannabisblüten aus eigener Produktion In den Apotheken zu kaufen gibt Glückwunsch In die Schweiz Und ab zum nächsten Thema Brittany Griner Sie haben es getan Ja also Ich werde jetzt hier nicht groß Darauf eingehen Weil ich das in Früheren News Ausgaben Schon mal gemacht habe Und den ganzen Vorgang Kommentiert habe Ganz kurz nur Die US Basketballspielerin Brittany Griner Ist wieder zu Hause Die war also Bei der Einreise nach Russland Erwischt worden Mit einer kleinen Menge Cannabis In Form von Diesen Vaping Kartuschen wohl Und ist zu neun Jahren Knast verurteilt worden Damit man sie schön austauschen kann Gegen einen russischen Waffenhändler Der auch Händler des Todes Genannt wurde Also damit man da Auf die gleiche Höhe kommt Haben sie mal schnell Zu zig Jahren Verknackt Die Brittany Griner Ja Jetzt haben sie es halt Durchgezogen Ja mehr dazu In den DHV News 347 Ihr findet den Link Dazu in der Videobeschreibung Wenn ihr euch da nochmal Meinen ausführlichen Kommentar Dazu angucken wollt Jedenfalls Griner kann wieder Basketball spielen Und kiffen Und Viktor Boot Der Russe Kann wieder mit Waffen handeln Ja Da habe ich nichts mehr Bin bei den Terminen angekommen Die Weihnachten Ein bisschen hier Ausgruppentermine Geben euch eine Haufen Infostände Die sicherlich Was mit der Weihnachtszeit Zu tun haben Jetzt Finde man einen Haufen Beratungsfähige Willige Passanten An Weihnachtsmärkten Nehme ich an In Berlin Samstag 10. Dezember Infostand Der Ortsgruppe In Halle Kundgebung Zum Internationalen Tag Der Menschenrechte Auch Samstag 10. Dezember Auch von der Ortsgruppe Infostand Der DHV Ortsgruppe In Darmstadt Auch Samstag 10. Dezember Noch ein Infostand Am 10. Dezember Von unserer Ortsgruppe In Traunstein Magdeburg Trifft sich die Ortsgruppe Am Donnerstag 15. Dezember Und Heidelberg Offener Hanftisch Des Hanfverbands Rhein-Neckar Dienstag 20. September Das waren alle Termine Die vor Weihnachten Noch anstehen Könnt ein bisschen Geschenke kaufen Ich wünsche euch noch Eine schöne Weihnachtszeit Einen grusamen Abend Aktiviert Die Glocke Liked das Video Abonniert den Kanal Auf Wiedersehen IhrBobbt Das war's Livestعد J NIH 5 5 Sand Vielen Dank.